Die Immobilienpreise in Österreich sind in den letzten Jahren stark gestiegen, wodurch der Traum vom Eigenheim für viele Menschen in unerreichbare Ferne gerückt ist. Die KIM-Verordnung, steigende Baupreise und das aktuelle Zinsniveau sind Herausforderungen für die Immobilienwirtschaft. Natürlich ist die KIM-Verordnung ein wesentlicher Treiber, dass die Eigentumsnachfrage zurückgegangen ist, aber ich glaube, wir sind in einem toxischen Cocktail zwischen Zinsen, gestiegenen Preisen und der KIM-Verordnung. Ich glaube, die Leistbarkeit war auch früher schon kein Thema, aber bei niedrigen Zinsen war es leichter und auch bei etwas niedrigeren Gestehungskosten oder Kaufpreisen konnte man das leichter finanzieren und auch Eigentum erwerben. Es sind schon sehr, sehr viele Herausforderungen für den Wohnbau. Das beginnt bei der KIM und endet beim Baupreis. Also das ist nicht nur ein Thema, das sind mehrere, das pendelt sich jetzt einmal gerade ein. Es werden ein paar Faktoren überbleiben, auf die dauerhaft zu reagieren ist und da muss man sich einfach daran passen, dass es entwickelt, aber das wäre nicht das erste Mal. Durch die Förderung des sozialen Wohnbaus, die Bereitstellung von günstigem Bauland und die Unterstützung von Projekten, die bezahlbares Wohneigentum schaffen, kann die Politik ihren Beitrag leisten. Wir haben einen sehr starken sozialen Wohnbau in Österreich, der soll auch eben seine Strukturen sozusagen auch wieder ausspielen können und so glaube ich, ist es ganz wichtig, dass alle ihre Aufgaben einerseits übernehmen, wahrnehmen und man muss eben aber auch schauen, dass eben Investments sich wieder tragen. Das heißt auch vermieten muss leistbar bleiben. Ein Thema ist natürlich, dadurch, dass wir frei finanziert und in vielen Bundesländern gibt es eben diese Einschränkung, dass nur die Gemeinnützigen gefördert bauen können, kommt da natürlich durch die Förderung der Bundesländer dann dementsprechend eine Unterstützung. Die Nachfrage nach Wohnraum bleibt weiterhin hoch. Eine enorme Nachfrage nach Wiedwohnungen besteht in ganz Österreich. Ich finde es aber per se nichts Schlechtes, wenn der Mietanteil steigt. Nur muss in beiden Segmenten Eigentum wie Miete ausreichendes Angebot geschaffen werden, weil das ist die beste preistämpfende Wirkung. Der gefährdete Wohnbau ist jetzt im Moment glaube ich sehr, sehr gefragt, weil ja die Mieten explodieren, die Baukosten sind auf Top-Niveau. Wir haben gerade auch gesprochen wegen Grundstücke, die man jetzt auch günstiger einkaufen muss, aber ich glaube letztendlich die Förderschiene ist das entscheidende. Ohne der richtigen Förderung wird man sehr schwer jetzt weiterkommen. Die Ankündigung der Politik, Stichwort Bau- und Wohnbaupaket bzw. Entlastung bei Wohneigentum, werden von der Immobilienwirtschaft sehr begrüßt. Sicherlich eine sinnvolle Maßnahme. Die Frage ist allerdings, warum man das nicht viel radikaler gemacht hat. Man hat das beim Erwerb bis zu 500.000 Euro beteckelt. Das macht bei der Gebühr fürs Eigentum und für die Eintragung des Pfandes in Summe dann 11.500 Euro aus. Man hätte aber auch die Grunderwerbsteuer senken können, oder beim ersten Eigenheim Gebühren etc. ganz aussetzen können, Steuern ganz aussetzen können. Der Weg zu mehr Wohneigentum wird derzeit auf vielen Ebenen diskutiert. Politische Maßnahmen, finanzielle Anreize und innovative Wohnmodelle sind notwendig, um das Ziel von mehr Wohneigentum zu erreichen.